In Berlin begrüße ich Eva Quattbeck, die dort die Parlamentsredaktion der Rheinischen Post leitet. Guten Morgen in die Hauptstadt. Guten Morgen. In Berlin findet normale Arbeit statt. Das Kabinett tagt und befasst sich mit dem Haushalt 2016 und den Eckdaten bis 2019. Und der Finanzminister verteilt Geld. Wem denn? Ja, also Geld bekommt beispielsweise die Verteidigungsministerin. Acht Milliarden Euro soll die kriegen bis einschließlich 2019. Geld gibt es auch für Investitionen in Infrastruktur, also Verkehr, Digitales, also Breitbandausbau. Und die Kommunen, die ja sehr leiden in unserem Land, die sollen auch mehr Geld bekommen. Und nicht zu vergessen, es wird auch eine ganze Menge mehr Geld in den Sozialetat fließen. Aber das war schon vorher klar. Dann arbeiten wir das mal einzeln ab. Der Begriff Sicherheit, innere Sicherheit steht weit oben. Auch der Innenminister bekommt Geld für die Bundespolizei. Hat die allgemeine politische Situation da das Geld locker gemacht? Mit Sicherheit. Also der Hintergrund sind auch noch die Anschläge von Paris, also dieser brutale Anschlag auf Charlie Hebdo. Und dass man weiß, dass die Zahl der IS-Terroristen und Sympathisanten, die nach Deutschland ein- und ausreisen, größer werden. Das Innenministerium spricht ja immer noch von einer abstrakten Anschlagsgefahr, die es in Deutschland gibt. Aber dadurch, dass einfach viel mehr gewaltbereite, terrorbereite Menschen über die Grenzen reisen, steigt natürlich diese abstrakte Gefahr. Und die Polizei, das hat man ja nicht nur bei den Pegida-Demonstrationen gesehen, sondern eben auch, was sozusagen das Beobachten dieser Täter angeht, ist einfach personell unterbesetzt. Und das Geld soll vor allen Dingen eingesetzt werden, um Personal aufzustocken. Die Bundeswehr, das haben wir gesagt, bekommt auch mehr Geld. Die Ministerin konnte sich offensichtlich durchsetzen. Denn auch die Bevölkerung sagt nahezu zur Hälfte, dass man höhere Rüstungsausgaben braucht. Also da spielt auch dieser Sicherheitsaspekt eine Rolle. Die Opposition sieht das Geld natürlich falsch angelegt. Ja, also die Grünen werfen nicht ganz zu Unrecht der Bundesregierung vor. Naja, im vergangenen Etat hat es zwei Milliarden Euro gegeben, die gar nicht eingesetzt werden konnten, weil eben die Rüstungsprojekte so schlecht organisiert sind, dass das Geld dafür nicht abgerufen werden konnte. Das ist sozusagen der eine Teil der Kritik. Und da ist auch was dran. Auf der anderen Seite gibt es ja eine neue Bedrohungslage, die die Bevölkerung auch so sieht, nämlich die Annexion Putins der Krim. Und Deutschland hat auch beschlossen, dass es sich stärker in der NATO engagieren möchte. Es soll ja diese schnelle Eingreiftruppe geben. Und um die aufzubauen, wird einfach mehr Geld nötig sein. Und auch die vielen maroden Kasernen in der Republik sollen saniert werden. Dafür ist Geld notwendig. Und wir haben ja seit einiger Zeit eine freiwilligen Armee und die Soldaten, die dort dienen, müssen vernünftig bezahlt werden, damit angesichts des Fachkräftemangels die Bundeswehr als Arbeitgeber noch konkurrieren kann. Also es ist nicht übertrieben, mehr Geld in die Sicherheitspolitik zu geben. Ja, und es wird auch mehr geübt werden und auch Manöver, Kostengeld. Kommen wir zum Komplex Sozialpolitik. Da sind sich Finanzminister und Fachministerinnen noch nicht so ganz einig. Da streitet man noch ums Kindergeld und um die Entlastung Alleinerziehender. Genau, vor allen Dingen um die Entlastung Alleinerziehender streitet man. Um Weihnachten herum hat Schäuble ja gesagt, dass er sich eigentlich in dieser Frage mit der Familienministerin einigen möchte. Das scheint er vergessen zu haben. Und was in den Haushalt jetzt schon eingepreist ist, ist eine kleine Erhöhung des Kindergelds, eine kleine Erhöhung des Kinderfreibetrags und auch eine kleine Erhöhung des Kinderzuschlags. Aber die Alleinerziehenden, die gingen eben leer aus. Die bekämen nicht mehr. Und das ist angesichts dessen, was sozusagen insgesamt über diesen Haushalt neu ausgeschüttet wird und von dem, was die Alleinerziehenden brauchen, wirklich wenig. Aber Schwesig scheint da verloren zu haben. Wenn sie für die Alleinerziehenden noch etwas tun möchte, wird sie das Geld wohl aus ihrem eigenen Etat nehmen müssen. Und man kann unterstellen, dass heute im Kabinett natürlich auch die Finanzkrise in Griechenland eine Rolle spielen wird. Vielleicht sogar im Zusammenhang mit der Einweihung der neuen Gebäude in Frankfurt. Denn da stehen Demonstranten vor der Tür, die für ein sozialeres Griechenland demonstrieren gegen die EZB. Aber die EZB ist eigentlich die Institution, die Griechenland mit Geld gerade noch über Wasser hält. Richtig. Also die EZB hat ja wirklich in den vergangenen Jahren alles getan, um die Südländer zu retten. Und aus deutscher Sicht hat die EZB dabei sogar mehrfach die Schmerzgrenze überschritten. Also dass bei uns im Land die Zinsen jetzt derart niedrig sind, wie sie sind. Und dass der Markt so mit Geld geflutet wurde, was ja auch immer ein hohes Risiko ist für den Wert einer Währung, also für den Wert des Euro, ist die EZB auf jeden Fall an die Grenzen gegangen. Und man muss in einer Demokratie diese Proteste ertragen. Also diese Menschen sehen das einfach anders. Die sehen nicht, dass die EZB die Institution ist, die Griechenland über Wasser hält. Sie kritisieren halt, dass die Griechen Gegenleistung bringen müssen, dass die Troika, die ja jetzt Institution heißt, weiterhin ins Land gehen soll. Schwierig sind natürlich diese enorm gewaltbereiten Demonstranten, die sozusagen berechtigte friedliche Proteste einfach überschatten und dann auch auf Seiten der Polizei zur Eskalation führen. Und am kommenden Montag wird es dann in Berlin ein deutsch-griechisches Gipfeltreffen mit der Kanzlerin geben. Was erwartet man sich als beobachtender Journalist von diesem Treffen? Naja, interessant ist der Zeitpunkt. Man kann davon ausgehen, dass Merkel nur dann zum Telefonhörer greift und Tsipras nach Berlin bittet, wenn sie wirklich sieht, dass es absolut eng steht und dass eigentlich ein Grexit, der Ausstieg Griechenlands aus dem Euro oder ein Grexident, ein unfallhafter Ausstieg Griechenlands aus dem Euro bevorstehen könnte. Und es ist zu vermuten, dass sie einen typischen Merkel-Kompromiss finden will, nämlich dass die Griechen dann doch nochmal einen Schritt nach vorne gehen, sagen, wo sie Reformen machen können. Im Raum stehen ja immer diese 600 Milliarden Euro, die auf Schwarzgeldkonten in der Schweiz liegen sollen und wo die griechische Regierung eben auch für den eigenen Staatshaushalt Geld generieren könnte. Also das wäre zum Beispiel ein Thema, das Merkel sicherlich ansprechen wird. Und auf der anderen Seite wird es dann eben auch um eine weitere Überbrückung für die Griechen gehen. Also nochmal ein paar hundert Millionen Euro, damit Ende März dieses Land nicht pleite ist. Eva Quattbeck, die die Rheinische Post in Berlin repräsentiert, herzlichen Dank in die Hauptstadt. Danke. Danke.